Aus dem gleichen Teig gemacht. Wir sind aus dem gleichen Teig. Weil darum gibt es die Kriti-Bands-Aktion am 3. Dezember der Pro-Infirmis. Der Sinn dieser Sache ist, dass man lernt, dass jeder Mensch einen anderen Charakter hat. Die einen sind so, die einen sind normal, die einen sind beiderächtig, die einen sind nicht im Rollstuhl, die einen sind im Rollstuhl. Die anderen spielen Fussball, die anderen haben zum Beispiel gerne Tiere. Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter. Mit und ohne Behinderung. Alle sind aus dem gleichen Teig gemacht. Kriegt die Bands-Aktion in ihrer Region. Räumfirmis.ch Slash Teig Räumfirmis.ch Räumfirmis.ch